Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in Version 10.1.7 sind hier in Tal Drassos auf den Dracheninseln, hier oben befinden wir uns gerade und sind bei Xenigos mit der Quest wieder auf der Spur. Erhaltet Xenigos spezielle Sicht und bergt dann die verschollenen Folianten, 28 Gold und Silber und 10 Flugsteine. Ich bin bereit, den Zauber zu finden, achso, den Zauber zum Finden eurer Kahnverlernten zu erhalten. Ich nur einen kurzen Moment. Kahn-Sprung. Reit in Zauber. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Bitte sehr. Die Spur sollte nun leicht zu verfolgen sein. Ich werde Großvater helfen, den nächsten Ort zu erreichen. Danke, meine Liebe. Wir sehen mit diesem Zauber, was ihr seht. Wirklich nützlich für zusätzliche Kommentare. Ich glaube, ich habe etwas zu viel Kraft in den Zauber gelegt, der den jungen Kaligos vor Rassageth retten sollte. Ich brauche etwas Zeit, mich zu erholen. So, na dann. Folgen wir mal hier diesen leuchtenden, schwörenden Dingern quasi. Guckt mal, hier ist der verborgene Foliant. Zack, aufnehmen, Foliant. Diese uralten Hallen. In der alten Zeit sicherten sich blaue Drachen einen kleinen Ort im Ossuarium, an dem sie ihre Überreste verwahrt wissen wollten. Wir nutzten die Drachenhüde in Nordend als letzte Ruhestätte, wenn eine Rückkehr auf die Inseln nicht möglich war. So, dann. Hier rüber. Da ist das Foliant des Rollens. Jene, die es zurückgeschafft haben, nachdem Neltarion uns fast vernichtet hatte, verschieden in diesen Hallen. Ich wurde angewiesen, ihre Ruhe nicht zu stören. Ich war danach der letzte Grabhüter und hatte die Aufgabe, mich um alle Gräber zu kümmern, bevor wir gingen. So, dann geht es jetzt hier lang. Da lang. Da lang. Okay, dann schwören sie jetzt hier so rum. Fliegen dann hier rein. Und dann ist hier der Foliant des Klebens. Ich war damals jünger, rebellischer. Man gab mir die Rolle des Grabhüters, um mich Verantwortung zu lehren. Erst im Krieg der Ahnen nahm ich sie ernst. So, und jetzt sollen wir hier bei Sinigos, der wohl da hinten ist, die ganzen Folianten abgeben. wieder auf der Spur. Ist damit abgegeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Das gerne, Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui.